Die Großstädte der Welt ähneln einander immer mehr, beklagt zum Beispiel der Star-Architekt Rem Kohlhaas. Und tatsächlich kennen wir das ja alle aus eigenen Beobachtungen. Überall entstehen die gleichen Flughäfen, Bahnhöfe, Bürotürme und Einkaufszentren. Aber wir merken ja auch noch etwas anderes, nämlich dass trotz dieser Entwicklung jede Stadt doch irgendwie anders ist. Wir verbinden etwas anderes, haben ein anderes Gefühl. Wenn wir vor Ort sind, aber oft auch schon, wenn wir an eine Stadt in Deutschland oder irgendwo sonst überhaupt nur denken. Jede Stadt hat so etwas wie eine Eigenlogik. Mit diesem Begriff versucht das zumindest Martina Löw zu beschreiben. Martina Löw ist Professorin für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt und Autorin des Buchs Soziologie der Städte. Und sie ist in Darmstadt für uns ins Studio gegangen. Schönen guten Tag, Frau Löw. Schönen guten Tag, Herr Kasse. Nehmen wir doch mal dieses natürlich spektakulärste, sofort jeden anlockende Beispiel mit entweder dem Sex oder der romantischen Liebe. Warum steht Berlin für den schnellen Sex? Ja, Berlin wird immer wieder als die große Herausforderung inszeniert. Das ist eine Hauptstadt-Inszenierung, das haben wir auch bei New York. Und Herausforderungen sind immer wieder mit Sexualität konnotiert. München wirbt mit Ruhe, mit Freizeit, mit Lebensqualität. Und Berlin mit dem, was schwer zu bewältigen ist. Und das ist immer wieder der Sex. Ist das also, wenn Sie sagen, die Städte werben damit, sie werden damit verbunden, ist das eine Art Marketingkonsequenz oder ist es mehr? Es ist letztendlich mehr. Dieser Satz, Berlin ist arm, aber sexy, von Wovereit, das war kein Marketing-Satz, sondern das war wirklich ein Versuch, die Stadt zu beschreiben. Und der hatte ja riesigen Erfolg. Der wird überall zitiert. Was ist denn nun genau Eigenlogik? Sie benutzen das ja eben als zentralen Begriff auch in Ihrem Buch. Ja, Eigenlogik ist das Phänomen, dass Städte uns prägen. Also ich zum Beispiel, ich wohne in Frankfurt. Und die Annahme ist, dass Frankfurt was mit mir macht, dass die Strukturen in dieser Stadt mich prägen und dass ich ein Stück weit ein anderer Mensch wäre, wenn ich in Paderborn oder Nürnberg oder Leipzig oder eben Berlin wohnen würde. Bei dem Bild, das ich von Frankfurt am Main habe, das ich ehrlich gesagt so richtig gut nicht kenne, war aber letztes Jahr wieder da, müsste ich aus dem, was Sie jetzt gerade geschlossen haben, schließen Ihnen das Geld wichtiger als anderen Menschen? Ja, wenn man es auf das Geld bezieht. Aber ich glaube, die Eigenlogik von Frankfurt liegt eher in diesem Zusammenbringen von Tradition und Moderne. Man kann von Frankfurt eigentlich kaum ein Bild finden, was nicht Hochhäuser verbindet mit Fachwerk, mit alter Oper und überhaupt mit Traditionsbauten. München ist da zum Beispiel ganz anders. Das bringt die Stadt immer zusammen mit Landschaft, also nicht Tradition, Moderne, sondern Kultur, Natur. Das heißt quasi, die Struktur von Frankfurt liegt eigentlich in dieser besonderen Mischung. Diese Eigenlogik, wir können bei Frankfurt bleiben, wir können auch andere Beispiele nehmen. Wie entsteht denn dies? Ist das wirklich ein jahrhundertelanger Prozess? Wird der von Menschen gestaltet? Passiert das mehr oder weniger von alleine? Es gibt zwei Dynamiken. Das eine ist die Geschichte. Das heißt, es gibt wirklich so eine Struktur, die über die Jahrzehnte hinweg immer wieder reproduziert wird. Das andere ist aber auch, es entsteht aus der Relation zu anderen Städten. Denn Städte konkurrieren ja ganz stark miteinander, orientieren sich aneinander. Manche versuchen das Gleiche zu machen. Also zum Beispiel war Hamburg, Berlin, Köln im Ruf, besonders homosexuellenfreundlich zu sein. Und schon hat Frankfurt nachgezogen und versucht, die eigene Stadt mehr in das Licht zu stellen, dass man irgendwie was tut für Lesben und Schwule. Also da finden wir den Prozess, dass die Städte sich aneinander orientieren. Auf der anderen Seite finden wir aber auch den Versuch, dass Städte sich massiv unterscheiden müssen, damit es einen Grund gibt, warum man in dieser und nicht in jener Stadt lebt. Und in dieser Unterscheidung bilden sie bestimmte Strukturen immer perfekter aus. Im Ende ist es wie bei Geschwistern. Wenn der eine toll in Mathe ist, dann muss der andere toll in Sprachen sein oder umgekehrt. Und so entwickeln sich Städte auch im Vergleich zueinander. Aber würde nicht das, was Sie zum Beispiel gerade über die Relevanz von Akzeptanz von Homosexualität gesagt haben, dafür sprechen, dass diese Angleichung der Städte untereinander, die wir ja in der Architektur zum Teil erleben, dass die auch passiert, was die Eigenlogik betrifft? Also was ich nie behaupten würde, ist, dass Städte sich nur unterscheiden, dass es nichts Gemeinsames gibt. Also gerade, wenn man in einer bestimmten Liga spielen will, also Großstädte in Deutschland zum Beispiel, dann muss man natürlich auch bestimmte Strukturen herausbilden, die dann typisch für Großstädte sind und damit eben sich an den anderen Städten auch orientieren. Interessant ist, dass diese Art und Weise, sich aneinander zu orientieren, aber trotzdem in einer Weise gelebt wird, dass die Städte das dann doch wieder unterschiedlich gestalten. Also bleiben wir bei dem Beispiel Homosexualität. Der Christopher Street Day, ja, die Lesben- und Schwulenparade, die findet in all diesen Großstädten in Deutschland statt, aber sie findet auf völlig unterschiedliche Art und Weise statt. Also Köln feiert Karneval, Berlin feiert den CSD gespalten, wie die Stadt ist und in Frankfurt ist es sehr viel ernster, sehr viel mehr in Gedenken auch an die Aids-Toten. Also sie haben das gleiche Motiv, aber eine völlig unterschiedliche Kultur ist zu leben. Wir reden in Deutschland gerade Kultur, gerade mit Martina Löw. Sie ist Stadtsoziologin, hat unter anderem das Buch geschrieben. Vor einigen Monaten ist es erschienen, Soziologie der Städte. Die Soziologie der Städte, Frau Löw, im Unterschied klingt ähnlich, ist aber doch was anderes zu Soziologie der Stadt. Das gibt schon länger erfordert. Ja, ganz andere Arbeitsweisen, um zum Beispiel diese Eigenlogik oder auch nur kleine Eigenarten zu entdecken. Wie gehen Sie denn vor? Wie kann man denn feststellen, wie München wirklich ist oder auch irgendeine andere Stadt? Ja, die Soziologie der Stadt, die nimmt die Stadt nur als ein Beispiel, um was anderes zu untersuchen. Also zum Beispiel wollen wir verstehen, wie arme Menschen leben und dann guckt man halt in einer Stadt. Was wir jetzt versuchen in Darmstadt ist, wir wollen verstehen, wie Armut sich ganz unterschiedlich anfühlt, wie Armut ganz unterschiedlich gelebt wird, je nachdem, in welcher Stadt man sie erfährt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie in Berlin oder in Leipzig zum Geldautomaten gehen, dann ist der kleinste Betrag, den Sie abheben können, 10 Euro. In Frankfurt oder in München sind es 50 Euro. Also man muss noch nicht mal arm sein, um trotzdem in der Stadt alltäglich zu erfahren, dass es arme Menschen gibt. Sie gehen zum Geldautomaten in Berlin und denken, ja, es gibt Menschen, die heben in 10 Euro Beträgen ihr Geld ab. Und diese Konfrontation mit Armut führt uns dahin zu sagen, soziale Phänomene, irgendwas, Kindheit, Armut, wir hatten das Beispiel Homosexualität, sind je nach Stadt auch unterschiedliche Phänomene. Sie haben auch Suchanfragen bei Google ausgewertet. Was bringt das? Ja, das ist ganz interessant. Die Leute geben sehr unterschiedliche Begriffe in Google ein, je nachdem, in welcher Stadt. Das scheint irgendwie unterschiedliche Themen die Leute zu beschäftigen. Was für Begriffe sind das zum Beispiel? Ich könnte mir vorstellen, gut, Sex und Auto und Bundeskanzler kommt überall, aber offenbar gibt es da relevante Unterschiede. Ja, manchmal ist es Melancholie, was am häufigsten gesucht wird, manchmal ist es Liebe, manchmal ist es Freundschaft, ganz unterschiedlich. Aber es gibt immer solche Zentralbegriffe in einer Stadt. Sie haben gerade Geld bewilligt bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ich darf das so sagen, zwecks Recherche im Rotlichtmilieu. Was soll das bringen? Naja, wir wissen ziemlich wenig über Prostitution. Das ist ein Phänomen, womit die meisten Menschen eigentlich nicht viel zu tun haben wollen. Insofern haben wir über Prostitution geforscht, wie die räumlichen Strategien in den Städten sind. Also das heißt, in Duisburg zum Beispiel gibt es eher eine Verteilung der Sexindustrie. In Frankfurt gibt es eine Zentralisierung in einem zentralen Rotlichtviertel direkt um den Bahnhof herum. In München ist es eher außerhalb der Stadt. Also alle großen Städte müssen irgendwie Bordelle zulassen. Das ist Rechtslage in Deutschland. Aber sie machen das auf sehr unterschiedliche Art und Weise und das gucken wir uns an. Sind Sie schon soweit sagen zu können, was es zum Beispiel über eine Stadt aussagt, wenn die sagt, ja, auch mitten in der Stadt, aber eben stark eingegrenzt im Vergleich zu einer Stadt, die sagt, wir wollen es eher außerhalb haben? Also der Schwerpunkt dieses Forschungsprojektes liegt auf Frankfurt. Und für Frankfurt kann man ja sehr schön zeigen, das ist eine Konzentration in einem Rotlichtviertel. Und das bedeutet wiederum einerseits große Aufmerksamkeit, aber andererseits auch Ausgrenzung aus dem Alltag. Man kann dieses Rotlichtviertel wunderbar meiden und hat immer das Fremde woanders angesiedelt. Also da, wo man eigentlich nicht damit in Berührung kommen muss. Es sei denn, man möchte es. Kommen wir doch noch auf das Thema Architektur. Architektur baut sich ja nicht von alleine. Da gibt es ja Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, bevor dann auch irgendein Architekt seine Planungen verwirklichen darf oder nicht. Nehmen wir ein Beispiel wie Hamburg, wo so etwas wie die Elbphilharmonie entsteht. Und nehmen wir ein Beispiel wie Berlin, wo das Stadtschloss mehr oder weniger rekonstruiert wird. Oder auch Frankfurt am Main, wo man auch alte Gebäude gerne wieder hätte am Marktplatz. Was sagt sowas über eine Stadt, wenn die eine in die Zukunft baut und die andere rekonstruiert die Vergangenheit? Also zunächst mal steckt ja hinter dieser Idee von Eigenlogik auch, dass jede Stadt die Politiker und die Architekten hat, die typisch für diese Stadt sind. Also haben wir in diesen Architekturen und in diesen Menschen, die bauen und planen, tatsächlich auch Elemente, die typisch sind für eine Stadt. Und ich würde sagen, gerade wenn man versucht, eine adelige Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen, ist das eine relativ komplizierte Basis für die Zukunft. Während die Elbphilharmonie, man kann darüber viel diskutieren, aber es ist wenigstens der Versuch, sowas wie Zukunft zu denken, ohne sich einfach nur an der Vergangenheit zu orientieren. Hat es auch was mit Angst vor der Zukunft und Positiven in die Zukunft schauen zu tun? Ja, ganz bestimmt. Also wenn Sie sich die Zahlen im Weltvergleich angucken, dann sind in China zum Beispiel über 80 Prozent der Menschen der Meinung, dass die Zukunft besser wird. In Deutschland sind es nur ein ganz geringer Prozentsatz, die glauben, dass es wirklich besser wird in Zukunft. Und dementsprechend kann man auch sehen, die deutschen Städte orientieren sich mehrheitlich in der Vergangenheit, wenn sie versuchen, ihre Innenstädte zu gestalten. Martina Löw, Professorin für Soziologie an der Technischen Uni Darmstadt und Autorin des Buches Soziologie der Städte, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Frau Löw, ich danke Ihnen. Aber gerne.